Alkohol ist schlimm. Na los doch, nimm Schlock, das beruhigt ganz tierisch deine Nerven. Ja, warum denn eigentlich nicht, verdammt, ist doch nur ein Bier, mach dir doch nicht gleich ins Hemd. Wie fühlen Sie sich? Auch nicht anders. Ach, dann brauchen Sie was stärkeres. Ich fühl mich gar nicht anders. Baby, alles easy im Kink. Ja. Mann, die Gasse ist echt cool, so lebendig und wunderschön. Äh, Jungs, alles D, ist schlimm. Hm, wer hat mir denn die Watte in den Mund geschoben? Ja, Baby, die Welt ist so klein. Ich bin frei, so frei. Schaf, Alter, voller Kanister. Der Typ ist voller auf dem Trip. Damit er euch aus erster Hand über seine hässlichen Erfahrungen mit Drogen und Alkohol berichten kann. Okay, Kinder, ihr solltet keinen Drogen nehmen, okay? Drogen sind schlimm. Wisst ihr, ich war am absoluten Tiefpunkt. Ich war ein Wrack, sogar Geld. War mir vollkommen schnuppe. Ich habe mein Leben vergeudet. Okay, Freunde, wollt ihr morgen zu meiner Briss kommen? Du kannst deine Briss morgen gar nicht haben, da findet nämlich meine statt. Vergiss es, ich habe meine zuerst angemeldet. Also, Jungs, ihr müsst mir schon zuhören, okay? Was ich euch hier erzähle, könnt ihr euch vielleicht mal das Leben retten, okay? Okay, Mr. Mecky, okay. 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 Wie ich also sagte, Drogen sind schlimm. Nehmt keinen Drogen. Wenn ihr welche nehmt, seid ihr auch schlimm. Weil Drogen schlimm sind, okay? Drogen zu nehmen ist eine schlimme Sache, also macht keine schlimmen Sachen. Indem ihr einen Drogen nehmt, okay? Das wäre schlimm, denn Drogen sind schlimm, okay?